Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Adventskalender für dich und zwar ist es der Beauty Love The Natural Box Adventskalender. Das ist dieser hier und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender wurde mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, an das liebe Beauty Love Team. Ja, ich bin sehr, sehr froh drüber, denn ich mag die Beauty Love Box auch total gerne. Das ist echt eine Box, die mich so in diese Naturkosmetik-Geschichte einführt und da auch einige wundervolle Produkte drin hat. Auch sehr, sehr hochpreisige Produkte. Der Adventskalender kostet 79,95 und soll einen Warenwert von 220 Euro beinhalten. Bin gespannt, ob er das auch wirklich tut. Um euch so ein bisschen zu überraschen, werde ich das nicht in der üblichen Reihenfolge von 1 bis 24 aufmachen, sondern ein bisschen kunterbunt gemischt und ich werde euch nicht sagen, welches Kläppchen ich gerade aufmache, sprich welche Box. Diesen Adventskalender kannst du auch super weiterverwenden, du kannst ihn wieder befüllen und weiter verschenken. Genau das werde ich auch damit machen tatsächlich. Und ja, lasst uns mal reinschauen. Dieser grüne Adventskalender ist halt auch wirklich sehr, sehr weihnachtlich gestaltet, was mir extrem gut gefällt. Ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Box an. Übrigens hast du auf den einzelnen Boxen auch immer so schöne Sprüche draufstehen, die ich natürlich nicht vorlesen werde. So nehme ich euch auch nicht so ein bisschen diese Vorfreude, wenn ihr euch den selber holen möchtet. In der ersten Box haben wir ein Lip Scrub Yummy Chocolate von Alverde. Das ist dieses hier. Das habe ich tatsächlich schon da und finde ich aber auch total passend zu Weihnachtszeit. Ja, das kann man sich einfach auf die Lippen geben. Dann kann man die Lippen halt entsprechend damit peelen. Das ist total klasse. Acht Milliliter sind hier enthalten. Und ich mag wirklich gerne diese Lippen Scrubs, weil meine Lippen auch gerade so zur kälteren Jahreszeit spröde werden. Die werden, naja, eigentlich sind meine Lippen im ganzen Jahr relativ spröde, um ehrlich zu sein. Und ich mache dann so zweimal in der Woche ein Lippen Peeling. Das tut mir einfach gut. Man braucht da nicht viel von, aber es ist hilfreich. Gerade wenn man, wie ich, halt auch gerne mal so auffällige Lippenstifte trägt. In der nächsten Box haben wir tatsächlich etwas zu essen drin. Das finde ich cool. Hey, Natural Bite. Glutenfrei oder glutenfrei und organisch. Das ist dieses Produkt und das sieht sehr, sehr lecker aus. Also sowas kann man auch schön zwischendurch mal snacken. Das enthält einfach auch wichtige Geschichten. Du siehst hier einfach diese ganzen Kerne, Sonnenblumenkerne sind dabei, Kürbiskerne. Echt lecker. Oh, und Erdnüsse natürlich. Crunchy Peanut, ne? Die nächste Box, die ich mir rausgesucht habe, enthält ebenfalls etwas zu essen. Und zwar von Crown Health's Organic Protein Bar. Almond Butter und Cocoa. Also quasi mit Mandel, Butter und Kakao. Interessant. Ein Proteinsnack. 50 Gramm sind hier enthalten. Und ja, das hört sich gut an. Ne? Lecker. Die nächste Box ist sehr prall gefüllt. Hier haben wir drin von Na, ne, Natural Atlantica, ich kann das nicht aussprechen, also N-A-E, ne? Das ist ein erfrischender Deo-Rollon mit Rosmarin- und Biotymian-Extrakten. Der bietet 24 Stunden Schutz, hat eine vegane Formel und ist tatsächlich unisex. Also sowas ist nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Und ich glaube, der ganze Adventskalender dürfte tatsächlich sehr, sehr unisex sein. Das ist ohne Aluminiumsalze, ohne Zusatz von Alkohol, zertifizierte Naturkosmetik. Das gefällt mir. Hier haben wir etwas ganz Tolles drin. Und zwar Pure 97 Wildrose. Voll mein Duft. Und Baobab Hitzeschutz und Styling Lotion für feines, plattes Haar. Leute, ich habe, ja, 100 Milliliter sind hier enthalten. Und ich habe sowas von feines, plattes Haar. Also ich glaube, viel feiner und zippeliger, als ich die habe, kann man die kaum haben. Weil ich meine Haare einfach wachsen lasse und von Natur aus sehr feine Haare habe. Sind sie dann unten auch irgendwann zippelig? Natürlich, ab und an schneide ich sie mir entweder selber oder lasse sie dann auch professionell schneiden. Aber sowas ist total toll. Ja, das mache ich mir dann einfach nach dem Luschen in meine feuchten Haare rein. Oh mein Gott, das riecht gut. Sehr, sehr zurückhaltend angenehm. Also diese Wildrose, oh, angenehm. Ich weiß jetzt nicht, was Baobab ist, aber es riecht richtig geil blumig. Schützt das Haar vor Hitzeeinwirkung und vielleicht spürbares Volumen. Sowas ist tatsächlich so vor dem Föhn auch eine gute Geschichte. Und wenn es jetzt Richtung Winter geht, lasse ich meine Haare nicht mehr Luft trocknen. Da muss ich sie leider füllen. Das kriege ich einen Schnupfen. Vom Ansatz bis in die Spitzen einmassieren. Obere Haarschicht aussparen. Okay, das ist interessant. Wie mache ich das denn? Dann mache ich meine Haare über Kopf und mache das halt nur an den unteren Haaren. Jo. Cool, ne? Hier haben wir das nächste Produkt und das ist Olabu Superfoodies. Natural White Toothpaste. Oh nein. Ich mag nicht so gerne Zahnpasten in Adventskalendern oder Beautyboxen. Ich meine, es ist praktisch. Man kann es gut gebrauchen. Das ist alles nett. Und das wird auch irgendwie was ganz Aufregendes sein. Aber for polishing and brightness. Also es soll die Zähne polieren und halt aufhellen, strahlen lassen, wie auch immer. Oh Mann, euer Zahnpasta. 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 Vielleicht so ein Lippenstift oder so. Oh, haben wir hier dekorative Kosmetik drin. Das ist toll. Oh, der sieht richtig schön aus. Es ist eckig, es ist matt. Es hat hier so ein G drauf. Die Farbe Arabian Night. Ja, das ist ein klassischer roter Lippenstift, ne? Schön. Wirklich schön. Ich habe mir aber geschworen, dass ich aus den Adventskalendern keine roten Lippenstifte behalte. Das wird mir schwer fallen. Wirklich, weil so viele schöne rote Lippenstifte in der Adventskalender dieses Jahr drin sind. Aber ich muss mich zurückhalten. Schade. Aber dekorative Kosmetik, Leute, die ist hier auch drin enthalten. Cool, oder? Ach so, falls du dich nicht weiter spoilern lassen möchtest, dann solltest du jetzt besser abschalten. Denn ich zeige hier natürlich den kompletten Inhalt von dem Adventskalender. Und wenn du nicht möchtest, dass du weißt, was alles drin ist, dann solltest du jetzt besser abschalten. Aber das sei dir selber überlassen, ne? Hier haben wir etwas drin von Logona Naturkosmetik. Eine aktiv glättende Feuchtigkeitsmaske mit Bio-Damaszenerhose und Kalpariane. Das sagt mir nichts. Sofortige Feuchtigkeitsanreicherungen mit spürbarem Soforteffekt, vegan und so weiter und so fort. Mega geil. Ich liebe Masken. Also Masken und sich. Ich, wir sind wirklich so. Feuchtigkeitsmasken. Voll mein Ding. Wirklich, wirklich eine wichtige Geschichte. Geil. Okay, wir haben hier auch Beauty-Tools drin. Und das feiere ich. Ich liebe die Pinsel von Fräulein B. Die sind wirklich sehr, sehr geil. Und hier haben wir einen drin. Das ist der Powderbrush. Ich habe auch schon den Blush-Pinsel. Ich habe, glaube ich, auch einen Highlighter-Pinsel, den Foundation-Pinsel. Also richtig, richtig gut. Ich habe auch irgendwie einen Blendepinsel, einen Pointbrush. Sind immer mal wieder in den Beauty-Boxen drin. Und hier haben wir jetzt tatsächlich einen Puder-Pinsel. Damit kannst du, also, wenn ich mich hier für meine Videos fertig mache, Leute, brauche ich vielleicht drei Pinsel, wenn es hochkommt. Ich habe einen Pinsel für Puder, Blush, Bronzer und Highlighter in einem. Und genau dafür wird er auch verwendet werden. Der ist jetzt natürlich etwas zusammengedrückt, weil er in seiner Verpackung drin war. Normalerweise ist der halt so, ne, also so schön aufgepuffelt. Die sind halt schön, die Pinsel. Die sind wirklich, wirklich gut. Und ja, da freue ich mich drauf, den zu verwenden. Der ist schön weich und angenehm. Und oh, der wird mir so viel Freude bereiten. Da sind halt auch schön viele Härchen drin und so. Klasse. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass wir hier auch solche schönen Tools mit drin haben, oder? Mega geil. Ich will die ganze Zeit diese Box, die ich jetzt hier immer so rausnehme, oben in die Kamera halten. Aber ich will nicht. Nein, ich will euch nicht spoilern. Dieses Mal machen wir es etwas anders. Hier haben wir von Berliner Shot einen Kurkuma-Shot. Okay, die Ingwer-Shots habe ich ja schon ein paar Mal getrunken. Und das hier ist jetzt mit Kurkuma. Das heißt, der soll auch entsprechend belebend sein. Kurkuma, Zitrone, Apfelsaft, Telli, Cherry, Pfeffer und Ingwer. Der wird auch scharf sein, ne? Das geht dann ein bisschen ab. 60 Milliliter sind hier drin. Wir haben es 20 Uhr 52. Den trinke ich mir morgens oder über Tag lieber. Einfach, um dann nochmal so einen Kick zu bekommen. Aber das ist schon cool. Oh ja, richtig geil. Von Logona Naturkosmetik. Das feste Pflegeschampoo mit Bio-Hanf und Bio-Brennnessel. Das ist für alle Haartypen geeignet. Und das ist halt ein festes Shampoo. Das ist ja auch immer mehr im Kommen, Leute. Muss ich wirklich auch bei mir gestehen, ne? Dass ich das immer lieber verwende. Und ja, auch gerne mag. Ich verwende das dann nicht jeden Tag in der Woche, weil mir dadurch die Haare einfach zu stumpf werden. Weil das halt sehr, sehr sauber macht. Und sehr wenige Silikone und so ein Kram enthält. Also quasi dieses ganze Chemiekram, wie auch immer. Ja, das ist dann da alles nicht drin. Aber ich mag das einfach für ab und an mal gerne. Das hat einen aromatischen Kräuterduft. Kann ich bestätigen. Riecht auch so ein bisschen zitrisch, was nicht ganz so meine Welt ist. Die Verpackung besteht aus 100% recycelten Fasern und ist 100% recycelbar. Finde ich auch sehr nett. Klimaneutral ist die Verpackung auch. Reinigt und bewahrt die Feuchtigkeit des Haares. Der ergiebige Schaum mit aromatischem Kräuterduft verwöhnt die Sinne. Da bin ich ja echt gespannt, ne? Und wir haben wieder was zum Naschen. Und zwar von WK Kellogg. Plant Protein Crunchy Müsli mit Dark Choco and Coconut. Also quasi mit dunkler Schokolade und Kokosnuss. Und das hier dürfte für ein schönes Frühstück zu zweit reichen. Hier steht zwar drauf für eine Bowl, aber vielleicht auch für zwei. 55 Gramm sind enthalten. Finde ich cool. Aha. Wusstet ihr, dass Goul auch feste Shampoos hat? Nature Repair feste Shampoo repariert Haarschäden und verleiht gesunden Glanz. Riecht das geil. Bio Boric-Öl, reichhaltiger und verwöhnender Schaum. Das riecht richtig gut. 95% biologisch abbaubar. Das ist auch sehr nett. Erliebe das Goul-Gefühl. Das ist mein Duft. Das riecht so schön blumig. Das riecht deutlich besser als das von Nohona, muss ich sagen. Also das ist richtig, richtig geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Das wird sowas von demnächst in Verwendung kommen. Ich hoffe, dass demnächst mein anderes Shampoo leer geht. Dann kann ich das endlich verwenden. Mega geil. Das ist halt so ein richtiges Stück. Mega. Oh, das riecht so gut. Merry Christmas. Hier haben wir etwas ganz Kleines drin. Und zwar von Belle Raphael. Ein Reinigungs- und Pflegeöl. Ein Clarifying Oil mit 4 Millilitern. Wenn das in so einer kleinen Tube drin ist, Leute, mit so einer kleinen Pipette, dann ist das bestimmt ziemlich teuer, oder? Das ist immer so dieser Vermutungseffekt bei mir. Kleine Verpackung, großer Preis. Ja, aber das sieht doch schon mal ganz nice aus, ne? Belle Raphael. Kennt ihr das? Die Marke? Ich nicht. Hier haben wir etwas sehr, sehr hochpreisiges drin von Mudmaski. Die Leave Me On Winter Maske. Das ist Protecting, Moisturizing, Ultra Repairing, Nourishing und Anti-Aging. 40 Milliliter sind hier enthalten. Das heißt, es soll halt wirklich die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Es soll sie schützen vor den ganzen Einflüssen, die Kälte und so, ne? Es soll die Haut reparieren. Es soll Nieren-Anti-Aging-Wirkung haben. Das ist schon cool. Oh nein. Ich habe leider eine leere Box hier drin. Das ist traurig. Ich schreibe euch jetzt hier mal rein, was in dem leeren Boxen-Ding, was hier in meinem Adventskalender drin ist, hätte drin sein sollen. Das haben die wohl vergessen zu befüllen. Die habe ich aktuell in Anwendung. Die ist wirklich gut. Man muss sich aber erstmal dran gewöhnen. Das ist von Sensorial Artisans Ballade en France. Eine Solid Night Cream. Also das ist eine Nachtcreme. Und das ist halt genau wie bei dem festen Shampoo, so ein Stück. Und damit gehst du dann über die Haut und dadurch, dass es sich so leicht erwärmt, wird es halt so eine leicht ölige Textur. Und das kannst du schön dann mit den Fingern nachher einarbeiten. Ist halt wirklich ein Stück. Also das ist ein Stück. Ja, aber geil. Ich finde es cool. Also mir macht es Spaß damit wirklich zu arbeiten. Nein, mein Gesicht zu pflegen. So, hier haben wir von Skinneco Honig und Ziegenmilch eine Naturseife. Das ist cool. Die kannst du als Handseife nehmen für Gesicht, Körper und für die Hände. Du kannst es verwenden, um deine Pinsel zu reinigen. Und es ist halt wirklich eine gute Naturseife. Aus Ziegenmilch, ne? Ja, Honig und Ziegenmilch. Sehr cool. Also hier haben wir recht viele feste Produkte drin. Aber das erwarte ich auch tatsächlich von so einem Adventskalender. So, Be Natural, 100% natürlicher Lippenbalsam mit Kokosnuss und Vanille aus Bienenwachs. Also die Verpackung ist neu. Sonst sah die doch viel, viel bunter aus, oder? Aber es ist auch cool, dass wir hier ein Lippenpflegeprodukt drin haben. Denn wir hatten ja eben auch schon ein Lippenpeeling drin, was in unterschiedlichen Boxen natürlich drin ist. Und in unterschiedlichen, ich weiß gar nicht, es ist weit voneinander entfernt. Ich glaube nicht. Nicht so weit voneinander entfernt. Ja, finde ich aber cool, dass hier auch ein Lippenpflegestift mit drin ist. Was jetzt theoretisch noch fehlen würde, wäre doch eigentlich so eine Handcreme, Leute, oder? Eigentlich für einen klassischen Adventskalender. Hier haben wir, das ist interessant, das kannte ich noch nicht, von Luvos Heilerde. Ein Shampoo mit ultrafeiner Heilerde. Interessant. Reinigt, mild und erhält die natürliche Balance der Kopfhaut ohne Silikone für schönes und gesundes Haar. Das habe ich ja noch nie gesehen. 30ml sind hier enthalten. Also ich kenne das als Maske fürs Gesicht, aber als Shampoo für die Haare extrem geil, finde ich, muss ich sagen. Und das würde ich mir dann so für dienstags und freitags nehmen, wenn ich halt auch so meine Haarmaske reinmache, dass ich das nicht jeden Tag verwende, aber schon so nur zweimal pro Woche. Das ist cool. Von Baldini. Ein Happy Christmas Duft Set haben wir hier drin. Das ist so ein, ja, Winter Duft Set. Das ist ja interessant. So riecht Natur. Ach, schön. Das hatte ich auch schon in der Tao-Box so mal ab und an drin. Also solche Produkte. Ist auch von Tao-Oasis, ne? Das ist sehr, sehr geil. Das hier ist so ein Duft-Ding. Das kannst du auch aufhängen, weil hier im Tropfen hat das ja noch so ein Loch. Und hier haben wir dann dazu, Happy Christmas, ein Duft. Das ist so ein Duftöl. Das kannst du da drauf tröpfeln und dann duftet der ganze Raum entsprechend. Das ist sehr schön. Wie riecht das denn? Mit Orange und Weißtanne. Mega. Hier haben wir wieder ein bisschen was zum Schnabolieren. Ich wollte gerade zum Mampfen sagen. Nucao. Chocolate on Emission. Macadamia Chai. Sehr interessant. Das sieht auch sehr ansprechend aus. Ich mag ja diese Nu-Plus-Kau oder Nu-Kau-Geschichten sehr, sehr gerne. Das ist ein bisschen reichhaltiger vom Geschmack her im Mund. Also man muss schon ein bisschen mehr kauen, aber man isst dadurch auch weniger Süßigkeiten, um ehrlich zu sein. Weil das teile ich mir dann wirklich über den ganzen Abend auf, ne? Das würde ich jetzt nicht in eins essen wollen. Und 40 Gramm sind hier in diesem Riegel enthalten. Und das hört sich sehr lecker an. Ich liebe Macadamia-Nüsse. Ich weiß nicht, was dieses Chai... Soll es dann so wie Chai-Latte schmecken? Dann ist das nicht ganz so mein Geschmack. Aber Macadamia mag ich sehr, sehr gerne. Kommen wir zu der vorletzten Box, die ich nun öffnen werde. Und hier drin haben wir enthalten... Die Handcreme, Naturkosmetik, Zartgefühl, regenerierender Hand... Nein, regenerierender Argan-Handbalm, Winterblossom. Ja, 50 Milliliter. Das finde ich cool. Das ist auch tierversuchsfrei. Sind wahrscheinlich auch die meisten Produkte, die hier drin sind, ne? Riecht man hier jetzt so nichts durch, aber das hört sich sehr, sehr, sehr winterlich an. Winterblossom ist bestimmt auch so ganz ein weicher Duft. Es riecht irgendwie so warm und als würde man irgendwie... Weiß ich nicht. Es riecht schön. Was soll ich sagen? Kommen wir nun zu der letzten Box, die hier in dem Adventskalender noch drin ist. Und hier haben wir ein mega geiles Produkt. Und zwar von IplusM. Age Protect Nährende Creme. Reichhaltig mit Avocado und Argan. Sehr interessant. IplusM ist eine Naturkosmetikmarke oder Naturkosmetikfirma aus Berlin. Und die sind cruelty-free, vegan, Cosmos, organic. Okay, 30 Milliliter sind hier enthalten. Glatt und zart. Die extra reichhaltige Pflege wirkt wie ein Anti-Pollution-Schutzschild für sehr trockene und anspruchsvolle Haut. Faires Bio-Avocadoöl und Arganöl pflegen intensiv. Schmetterlingsflieder schützt vor Hautschäden durch blaues Bildschirmlicht. Hört sich sehr interessant an, ne? Das finde ich cool, das finde ich nett. Das ist, ne? Wirklich jetzt auch eine runde Sache hier gewesen, muss ich sagen. 79,95. Das ist meine Hausnummer für den Adventskalender. Aber es lohnt sich schon. Wenn ich mir jetzt hier auch die Produkte angucke, die sich hier auf meinem Tisch befinden, sind es halt auch sehr abwechslungsreiche Produkte. Man hat dekorative Kosmetiken dabei, man hat ein bisschen Tool dabei, man hat ein bisschen Food dabei, aber überwiegend hat man hier Pflege drin. Und das ist halt auch das, was hauptsächlich in der Beauty-Love-Box mit drin ist. Dementsprechend ergibt das durchaus auch Sinn. Und wenn man die Box einfach kennt, beziehungsweise jetzt schon ein paar Mal gesehen hat, dann weiß man auch ungefähr, was sich hier drin befindet, ne? Also was einen so ein bisschen erwarten würde. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihn doch sehr, sehr gerne. Einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!